Als Kind war das ganz normal. Also da konnte ich die Fußballergebnisse oder irgendwelche Pferdewetten oder was, konnte ich einfach so sagen, wie die sein werden. Meistens fängt es mit einem Bild an und dann sehe ich die Geschichte, was geschehen ist. Also so sehe ich auch, wenn schon bevor jemand einen Gedanken sagt, aus was für einer Energie der Gedanke kommt. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass sich das auch verändert so im Lauf des Lebens. Also ich habe Naturwesen zum Beispiel anders wahrgenommen als Kind, wie ich sie jetzt wahrnehme. Also sind verschiedene Energien anwesend, ja, also mein alter Lehrer, der 96 gestorben ist ist es da. Ich habe es nie angezweifelt, dass ich mit dem Lichtvollen, mit dem Liebevollen verbunden bin. Je mehr man selber betroffen ist, desto schwieriger ist, dann auch frei zu sein für die Antwort. Manchmal ist man halt innerlich einfach noch nicht bereit und mir geht es auch manchmal so, dass ich dann keine Antwort kriege oder irgendwie nicht so richtig die Antwort, die ich eigentlich hören wollte. so wie überall kommt es auf den Menschen darauf an, wie er, mit welcher Liebe und mit welchem Respekt er für das Leben und den Menschen mit den Dingen umgeht. sich der Geräusch vor und den Menschen mit den Menschen mit den Menschen geflogen ist. . . . . . . .